Die geben mir ja ganz schön auf die Nerven einig, wenn die immer so viel Zeit kosten. Ah, wir müssen wieder ein paar leben, das ist doch mal was Feines. Ich frage es nur für wie lange. Es gibt auch Dinger, die nehmen ihre Arme hoch, aber ich glaube, hier gibt es noch ein zweites Technik-Level. Das ist nicht... Ah, da ist... Und bald machen die jetzt ein Wechselspiel, machen die hoch? Ja, genau, hier. Nehmen wir hoch. Wenn die oben sind, kann ich hier halt nicht kaputt springen. So. Oh, wenn nicht, dann nicht. Äh, dann doch. Na komm, ich geh wieder hoch, zack. Ah, hier muss ich rutschen, dann muss ich ihn direkt töten dabei. Ah, ja, das hat geklappt. Genauso wie den hier. Tschüssi. Was? Ein Supersprung! Oh, das war aber echt knapp. Äh, ja. Okay, okay. Okay. Schön, schön. Okay, okay, okay. Nimm die Arme hoch! Äh, 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 äh. Tschüss. Okay, okay. Der Crystal ist our... Was? So, eine schöne Maske, das heißt, eine... Ich wusste es! Ah, lelelelelel, kacke. Vielleicht können wir jetzt weder noch holen. Jaja, ist gut. Ach, die Dinger, ich glaube, die schrumpfen müssen. Wenn wir da drauf drücken, dann schießen die nämlich. Und da muss ich drüberspringen. Was? Okay. So, sonst wäre der Naito kackt da rechts. Dum dum dum. Doppelheld. Okay, okay, okay. Rüber. Und wieder zurück, oh mein Gott. Den ganzen Kackweg. Hallo. Und rüber da! Was, bitte, soll ich denn jetzt, was? Nein, das klappt so nicht, okay. Oh, Mann. Ja, toll, super, das hat ja wieder alles astrein funktioniert. Geh mir nicht auf die Eier. So. Ja, alles kaputt war. Nein. Wahrscheinlich muss ich nicht irgendwie so da drücken herum. Ja, es klappt sogar, ich werde verblüben. So. Okay. Aktivieren. Wie. Da muss ich wieder knapp sein. Hier, irgendwie. Ab, ab, ab. Puh, okay. Ich kann jetzt mal die kaputt machen. Und... Ich drehe die Kiste da unten nervt ein bisschen, weil die ein bisschen was von meinem Sichtfeld wegnimmt. Balabam. Okay, okay. ich hoffe dass vielleicht in diesem einen geheimgang auf dieser plattform aber es keinerlei kisten war nur so ein paar leitfunkisten dann kann ich vielleicht wenigstens schon mal die kiste das wäre nämlich toll ich würde mich riesig freuen ja 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 es war ein riesiger sprung und wir haben es geht nicht nur zwanzig zu leben zu sagen nein schade schade knapp 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 und weiter geht es in diesem schönen technik level oh mein gott wo kommt der schluss her ja sicher das war doch echt kacke jetzt dass der weiß ich dass ein bisschen dass da jetzt einer stiege ich habe dort kreisgeld rückte der die arme hoch weiter Oh, Hilfe. So, zack. Okay, wenigstens müssen wir das Bonus-Level nicht nochmal machen. So. Ja, ich hab's schon wieder veröffentlicht. Das war genau der gleiche Team. Ich werd verrückt. Ja, ist ein Mädchen-Neffen. Okay, den muss ich so runterdrehen. Dann schreien die auch ganz laut. Scheine echt Schmerzen umzuhaben, wenn die runterfallen. Weg. Weg. Ja, ich bin doch drauf gelandet. Schön, schön, schön. Womit das Leben? Ja, gut. So lecker jetzt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Weg. Okay, okay. Und wie sieht's aus? Natürlich nicht. Boah, ho, ho. Okay, das Level machen wir später nochmal. Boah, da hab ich jetzt nämlich keinen Ausdruck. Oh mein Gott. Vielleicht kriegen wir jetzt schon mal das normale Ende ohne 100% zu sehen. Und so viel wie möglich bis dahin mitzunehmen. Rock it. Was ist das für ein Level? Level 22 vielleicht, hm? Ich bin gespannt. Nein, nicht so ein K... Oh, die Jetpack-Level sind so verdammt kacke. Ich hasse es. Okay. Die ist echt sowas von für ein Arsch. Okay, wie geht das nochmal? So, so. So, so. Und die dauern so ewig lange. Und die kann man auch zurück mit Kreisen. Okay, oh mein Gott. Äh, 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 das macht so viel Spaß. Nein, mach das nicht. Okay. Boah. Und hier sind auch immer ganz schön viele Kisten verstecken. Das ist echt nervig. Ah, komm, jetzt häng ich hier auch noch fest. Das ist doch nicht so genau. So, mach die Scheiße da kaputt. Boah, und die Jetpack-Level. Na, die hab ich total vergessen, ey. Boah, ne, 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 ne. Ist die Musik auch noch so glücklich? Ne, ich wette. Oh, die Lichter. Hallo, 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 hallo. Ich bin da durch. Nein, Moment, da bin ich noch nicht drin. Ja. Oh, boah, ho, 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 ho. Schleere, lose Kisten. Ich wette. Ah, boah, 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 boah. So. Okay, Jackboy, das ist doch schon mal was Feines. Oh. Das ist wie ein Eisleben, nur ohne Gravitation. Oh, ah, 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 ah. Weil der, 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 durch, 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 weg da, weg. Ui, ui, ui. Gibt es eigentlich so weit wie eine Maske? Das wäre aber was Schönes. Okay. Ui. Ui. Ui, nein. So, nimm's. Nein, ma, 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 die schnell da durch. Oh, glühende Röhrchen, das ist auch nicht schön. Nein. Och, ich glaube es auch schon im ersten Teil, muss ich da noch kein Jetpack haben. Nee, nee. Weg. Ach so, ich muss mich da in diese Galaxie-Kacke da rein schleudern. Ja, Strom. Lecker, lecker. So, weg damit. Oh, da habe ich das mit der Perspektive wohl nicht ganz mitbekommen, dass ich doch schon auf der Höhe der Gießen war. Ah, ja, guck. Ist gut. Gehen wir zusammen. Ja, ja, ja. Hilfe. Ich scheiß, glaube ich, um das Leben. Nee, nee. Je besser ist das. So. Okay. Machen wir erstmal den kaputt. Fliege in die Dimension der Todes. Ratten. Weiß nicht. Ah, mein Gott. Oh, boah. Es ist echt nicht schön gerade hier. Oh mein Gott. So, Gottverdammt, viele Nightwalkisten. Warum habe ich das hier zum Beispiel verdient? Ich glaube, es ist 24 Kisten. Wahrscheinlich gibt es hier 800 Kisten. Oh mein. Okay. Puh. Okay, der Christa. Ah, Stromkabel. Nicht gut. Weg. Weg. Was, 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 was? Wie geht's? Nein, nein, nein. Okay, darf ich hier landen? Und gib mir bitte den Christa. Äh, Edelstein hier. Komm schon. Komm schon. Johohoho. Uff. Das Kack-Jetpack-Level ist vorbei. Ich hoffe, es gibt nicht noch eins. Das finde ich nicht schön. Nein, nein, nein. Äh, äh, äh. Ah, wo geht's? Ja, jetzt kommt das lustige Dunkelheilz. Mein Gott. Pack Attack. Nein, das ist auch auf jeden Fall nur ein Jetpack-Level. Und Space. Oh, das ist nochmal so ein Technik-Level. Oh, das ist doch alles kacke hier, was jetzt noch kommt. Ah, nein, das ist ein Dunkelheilz. Boah, Aff. Hey, hey, hey. Nightfight. Hey, oh, go, wie dunkel das ist. Ah, ah. Ist das ja nicht auch Ufus oder so? Ich denk grad, ihn gern Ufus. Dim 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 dim. Ufokinabwag is leeecker.